Hallo ihr Sepplinge, willkommen zu einer neuen Folge Starshine Legacy, die letzte für diese Woche und ich nehme mal fast auch an, die letzte für diese Episode, denn wir starten jetzt in Level 7, der Tag des Wettkampfs. Der Tag des Springturniers ist gekommen und Linda hat sich bestens vorbereitet. Alles scheint wieder in bester Ordnung und die Zuschauer lachen und johlen und haben keine Ahnung, dass es an diesem Tag um ein Haar zu einer schrecklichen Tragödie gekommen wäre. Linda ist sicher, dass nun nichts Böses mehr geschehen kann und sie sich voll auf den Parcours auf Meteor, nein und kann sich voll auf den Parcours auf Meteor und auf die tolle reiterliche Herausforderung konzentrieren. Na wunderbar. Das war ja auch Aufregung genug für einen Tag, wie ich finde. Der Tag des Turniers. Wir haben es ins Finale geschafft, aber um den Sieg zu holen, müssen wir den Parcours in einer Zeit unter einer Minute 20 Sekunden schaffen. Okay, ja dann. Warte mal, erstmal klopfen. Wie, ich will Meteor klopfen, ich kann ihn nicht... Ach doch, da jetzt, jetzt, jetzt war es doch gerade da. Ah, komm, das schaffen wir, Digger, ne? Schaffen wir, so. Und jetzt kommt das Finale. Springe über die Hindernisse, die jeweils mit einem blauen Stern markiert sind. Wenn du die falschen Hindernisse überspringst, bist du draußen. Okay. Wenn du ein Hindernis umwirfst, kommt zu deiner Gesamtzeit jeweils 10 Sekunden Strafzeit hinzu. Du musst über die Hindernisse springen, die mit einem blauen Stern gekennzeichnet sind. Wenn du die Hindernisse in der falschen Reihenfolge nimmst, bist du draußen. Das hast du ja schon mal gesagt. Jetzt geht's los. Okay. Ihr kennt die Regeln. Möge die beste Reiterin gewinnen. Ah, jajaj. Okay. Los geht's. Uh, es sind aber teilweise hohe Hindernisse. Viele auch. Dann bin ich ja mal gespannt. Komm, Meteor, das schaffen wir. Na toll. Also, den Wassergraben, den habe ich im Training schon so versaut. Also, das ist echt... Ah, da lag noch ein gelbes Sternchen. Okay, cool. Hahaha. Nicht so schnell. Oh Gott. Nein. Ich hab... Ach nee, ich soll nicht noch ein Fehler. Es ist ja Wahnsinn hier. Schafft ihr die... Gebt mir mal einen Tipp, wie ihr die, ähm... Wie ihr die Wassergräben schafft. Also, so gerade eben noch. Hilfe. Acht Sekunden unterboten, aber. Juhu, wir haben es geschafft. Wir haben das Tönier gewonnen, Meteor. Gut gemacht, Linda. Ach, du hast einfach nur Glück gehabt. Jeder in Jorvik weiß, wer in Wahrheit die Beste ist. Und das bin ich. Jaja, Sabine wieder. War einfach nicht dein Tag heute, Sabine. Dieses Mal war Linda und Meteor einfach um Längen besser. Wie immer eigentlich. Geh nach Hause, Sabine. Das stimmt. Und außerdem hast du uns und Jorvik heute vor einer schrecklichen Katastrophe bewahrt. Eine echte Glanzleistung. Das haben wir alles Linda zu verdanken. Sie hat alles... Sie hat alles genau richtig gemacht. Und das auch noch ganz alleine. Uff, das war jetzt natürlich eine ultrakurze Folge. Also, da war das Rennen in der letzten Episode deutlich länger. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Die Nacht senkt sich über Jorvik und die Stadt verfällt in Schlaf. Ohne zu ahnen, in welcher Gefahr sie schwebt. Zwei der vier Seelenreiter haben sich bereits zusammengefunden. Und schon bald wird sich eine uralte Vorsehung erfüllen. Die Kräfte des Bösen schlafen nie und werden alles daran setzen, zu verhindern, dass die vier Mädchen ihr schicksalhaftes Geheimnis entdecken. Ja, das war es dann jetzt auch schon mit der Episode. Oh je. Wie viele Sternchen haben wir denn geschafft? Wahrscheinlich auch wieder nicht wirklich viele. Ich habe ja jetzt nicht so wirklich was da dran gelegt, dass wir es schaffen. Drei, vier, fünf, sechs, sieben Sterne fehlen mir. Da das jetzt so ultra schnell ging, möchte ich gerne das hier nochmal versuchen und hoffentlich ein bisschen weniger Fehler machen. Das interessiert mich jetzt, ob ich es einmal besser hinbekomme. Weil die Zeit haben wir ja jetzt. Ansonsten ist die Folge ja echt viel zu kurz. Und jetzt mit der neuen Episode anzufangen, das ist absolut Blödsinn. Das machen wir dann wirklich zur nächsten Woche. Also ich weiß echt nicht, wie ich den Wassergraben schaffen soll. Der ist ultra schwer, finde ich. Und allein damit habe ich dann ja schon zwei Fehler drin. Ich habe ja zwei Wassergräben. Also krass, ich... Das gibt es nicht. Also ich... Also das finde ich wirklich ultra schwer. Aber in sich sehr, sehr cool gemacht. Wow. Das gibt es nicht. Also wenn ich versuche... Ach, Hilfe. Wieder drei Fehler. Vier Fehler diesmal sogar. Diesmal schaffe ich es nicht mal. Hey, dann haben wir jetzt das alternative Ende. Was ist denn, wenn wir es nicht gewinnen? Das interessiert mich jetzt auch mal. Weil jetzt haben wir es nämlich nicht gewonnen. Was sagt sie denn jetzt? Jetzt sagt sie... Wir haben es versiebt. Aber das nächste Mal gewinnen wir bestimmt. Ach, man muss dann nochmal anfangen. Okay, 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 okay. Gut, einen Versuch starten wir dann noch. Vielleicht kriege ich es diesmal besser hin. Also wie gesagt, wenn ihr da irgendeinen Tipp habt, wie das funktioniert mit den Wassergräben. Ich meine, es wird jetzt höchstwahrscheinlich in dem Spiel nicht mehr drankommen. In den weiteren Episoden. Obwohl man weiß ja nie. Dann schreibt es mir doch einfach mal, weil... Das ist schon... Ja... Ich habe keine Ahnung, wie man das machen soll. Ach, jetzt habe ich es geschafft. Gucke da. Also so ein bisschen reintreten darf man hier in dem Spiel anscheinend. Aber man muss trotzdem ultra aufpassen, finde ich. Also ich finde es tatsächlich in jedem anderen Reitsportspiel leichter, den Wassergräben zu meistern, als hier. Muss ich ganz ehrlich sagen. Yay, guck mal hier, diesmal. Die Mauern noch. Die Mauern noch. Jawoll. Dritter und letzter Versuch. Jetzt haben wir es in knapp 41 Sekunden geschafft. Also 40 Sekunden und 59. Das war doch super. Okay, jetzt kann ich hier wieder durchklicken. Zack, 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 zack. Ja, gut. Das heißt, damit verabschiede ich mich auch für heute von euch. Und auch für diese Woche. Ähm, zumindest was Starshine Legacy eben angeht. Am Montag geht es dann weiter mit Episode 3. Ich bin gespannt, was uns dann erwartet. Es ist Halbzeit in Starshine Legacy. Zwei Teile sind durch, zwei Teile erwarten uns noch. Oh, diese Musik. Ah, herrlich. Ich muss sagen, bislang gefällt es mir wirklich gut. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid auch ab nächster Woche wieder mit von der Partie. Und habt ein schönes Wochenende. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss. 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 Tschüss.